Wenn ihr jetzt schon länger über Reddit und Twitter gegangen seid und nach FNAF-Theorien gesucht habt, seid ihr sicher nicht an der Theorie von The Mimic vorbeigekommen. Und damit, hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von FNAF-Theory. Und heute wird, glaube ich, eine der spannendsten Theorien, die ich jemals gemacht habe, kommen. Und zwar, die Tales of the Pizza-Plex-Bücher bringen gerade so viel Information für Security Breach und tragen so viel für die Story bei. Und einfach schon, da kam das Buch Bobby Dodds Conclusion mit der Geschichte G.G.Y. und sagte uns einfach gerade kurz, hey ihr Idioten, Gregory is patient 46. Kurz darauf kam die Geschichte der Storyteller und hat uns erklärt, wie der Blob kam. Wie der Blob in den Pizza-Plex kam. Und jetzt durch die Epilogs-Geschichten, es gibt ja immer am Schluss vom Buch, wenn alle drei Geschichten durch sind, gibt es immer am Schluss noch einen Teil einer grossen Geschichte, die Epilogs, und dort geht es eben um The Mimic. Also es ist etwas, die Fassbath-Rights-Bücher hatten das auch, aber mit dem Rings-Dinger, glaube ich. Und jetzt ist das Buch Nexi gekommen und hat kurz einfach ganz Security Breach, ganz Help Wanted und einen Grossteil der FNAF-Story einfach auf den Kopf gestellt. Es ist einfach krass. Und die Geschichte, über die wir heute reden, heisst The Mimic. Also Achtung, Spoiler. Und schnallt euch an, liebe Leute. Wir haben heute sehr viel zu beraten und müssen eine riesige Theorie bauen. Aber fangen wir doch mal mit der Hauptgeschichte an, mit The Mimic. Machen wir kurz ein Recap da drauf. Edwin und seine Frau entschliessen, ein Kind zu bekommen. Ja, Edwin, ihr kennt ihn. Aber hier ist der Jünger. Edwin aus The Storyteller. Der kam mir im letzten Theory-Video vor. Und seine Frau wollte eigentlich ein Kind, das David heisst. Nur leider ist Edwins Frau bei der Geburt gestorben. Und David überlebte aber. Und Edwin musste für sie beide alleine sorgen. Aber Edwin hatte halt extrem viel zu tun, weil er für Fasper Entertainment arbeitete. Weil sein Staubsauger-Roboter mit den Verkäufen durch die Decke ging. Also hatte er Aufträge, mehrere Animatronics zu bauen und zu designen. Und hatte nicht viel Zeit für David. Und hatte für David eigentlich zu wenig Aufmerksamkeit und kümmerte sich zu wenig um ihn. Und da kam ihm eine Idee. Was, wenn er einfach etwas bauen könnte, das sich um David kümmert, während er besser an seinen Projekten arbeiten kann, um ihm dann ein besseres Leben zu ermöglichen. Und als er der Gedanke kam, setzte er sich direkt dran und baute ein Oberteil eines Endoskeletts zusammen. Also nur Arme, Kopf und Oberkörper. Und setzte sich an eine extrem komplizierte KI, die alles nachmacht, was es sieht. Das alles kopiert. Und hat es eben so genannt, wie zu dem, was gebaut wurde. Der Mimic. Und so freuderte sich David sehr schnell mit der Mimic an. Sie spielten zusammen, sie zeichneten zusammen. Und der Mimic fing sogar an, David zu kopieren. Und zwar indem, David hatte immer ein Plasch, Plüschtier, so ein Plüschtiertiger, immer so in seinen Arm geklemmt. Und hatte den Arm immer so zu sich gezogen. Und der Mimic hat mit dem auch angefangen. Und so lebten sie glücklich für eine Zeit lang, bis David einmal spielte und Edwin noch nicht ganz wach war, spielte Edwin, äh ne, David, mit seinem Ball und er rollte auf die Strasse raus. Und David wurde dann von dem Auto angefahren und verstarb. Und Edwin war allein. In tiefer Trauer und Frust. Und da kam dann der Mimic zu ihm und machte eben das, was David gemacht hat, machte es nach. Und beim Anblick von der Mimic fing Edwin an zu weinen und drehte durch und schlug den Mimic einfach zusammen, wie nichts anderes. Schlug es zusammen und machte es kaputt. Also nicht ganz kaputt, aber beschädigte es stark. Und verschwand dann. Ist dann gegangen. Kurz darauf, durchsuchte Fazbear Entertainment alle Locations, wo sie Zugang dazu hatten, um neue Ideen für ihr Geschäft zu finden. Und so gingen sie auch bei Edwin vorbei und fanden die komplett zerstörte Mimic am Boden und setzten sie auf Beine. Also gab die Mimic Beine und setzten sie ein bisschen wieder zusammen. Und dann, ja gut, der Mimic hat das gemacht, was es sollte. Es packte Kleider in den Schrank und räumte den Kühlschrank ein. Nur diesmal mit Brutalität, mit Gewalt, das es von Edwin ein bisschen gelernt hatte. Und verräumte so nach und nach die Arbeiter von Fazbear Entertainment. Kurz darauf schickte Fazbear Entertainment noch eine zweite Gruppe rein, um nachzusehen, was passiert ist. Und es ist halt wirklich Tatsache, dass der Mimic jedes Exoskelett anziehen kann, was es bekommt. Und so hat es dann auch die zweite Gruppe von Arbeiten reingelegt. Es hat sich versteckt, hat gewartet und er hat sie dann in verschiedenen Kostümen angegriffen und getötet, so gesehen. Und dann ist da eigentlich so grösstenteils die Mimic-Story zu Ende. Also es ist noch, dass ein Junge ein Buch gefunden hat, wo drin stand, dass Fazbear Entertainment auch so eine Serie gemacht hat von Mimics, um eben Programmierzeit zu sparen, also Zeit und Geld zu sparen, aber durch einen grossen Unfall wurde das Mimic-Programm abgesetzt und mehrere Mimics existieren nicht mehr, glaube ich, nur noch die normalen, also nur noch das Original. Und da endet eigentlich die Geschichte. Und in den Epilogen geht es natürlich noch weiter und da kommt jetzt ein Zeitsprung zu Security Breach, zum Bau von Security Breach, also vom Pizzaplex. Und zwar wundern sich Mitarbeiter, also Bauarbeiter von Fazbear Entertainment, die am Anfang vom Bau sind und sich wundern, warum jetzt schon Animatronics geliefert werden. Und eine sticht richtig raus in der Ladung und das ist ein Endoskelett, das richtig verbrannt aussieht, weisse Augen hat, Zähne hat, so zwei Hasenohren hat, also ein ganzes und ein halbes und richtig verbrannt aussieht und sie haben sich dann die Programmierung angesehen, haben schnell gemerkt, dass die Programmierung wirklich gut ist und haben dann, und hatten, sie hatten damals die Aufgabe, gerade Endoskelette auseinanderzunehmen und auf den Haufen zu werfen und so haben sie der Mimic so die Aufgabe gegeben, das zu machen und so hat der Mimic das dann umgesetzt und hat dann, nachdem es keine Endoskelette mehr hatte, angefangen, die Leute auseinanderzunehmen und auf den Haufen zu werfen, also alle Construction Workers hat es auseinandergenommen. Ah, kritisch. Es gibt dann noch eine Geschichte, also es gibt dann noch einen Teil einer Geschichte von Kindern, die in den Pizzaplex eingebrochen sind und sich ein bisschen umsehen wollten. Und da bekommen wir vier Informationen über die Mimic, und zwar, also die Geschichte der Kinder läuft immer noch, die ist noch nicht zu Ende, aber wir bekommen vier Informationen über die Mimic, und zwar, erstens, die Mimic hat so einen EMP-Effekt, also alle Elektronik, die in der Nähe von der Mimic ist, fängt an rumzuglitschen oder schaltet sogar genau ganz ab. Zweitens, die Mimic kann sprechen. Die Mimic hat bei den Kindern angefangen, über die Walkie-Talkies zu sprechen und hat so getan, als wäre es eines der Kinder irgendwo in Gefahr und hat sie versucht, so zu locken. Viertens, wie schon gesagt, die Mimic kann jedes Exoskelett tragen und sich so verkleiden. Und schlussendlich, viertens, das Programm von der Mimic, heisst Mimic One. Klingelt's da? Genau, die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende, weil der Mimic One kommt in der Geschichte des Storyteller vor, die wir im letzten Theorie-Video behandelt haben. Und ich bin jetzt wirklich im letzten Theorie-Video im Detail darüber gegangen, aber jetzt noch mal eine kurze Zusammenfassung der Geschichte. Professor Entertainment möchte Geld und Zeit sparen beim Designen von Choreografien für die Animatronics und baut deshalb einen riesen Affenbrotbaum in Pizzaplex rein, macht dort einen Supercomputer, der alles steuert und Choreografien programmiert. Aber es geht alles schief. Edwin schleicht sich in den Affenbrotbaum, merkt, dass sein Programm Mimic One draufläuft und versucht, es umzuschreiben, um zu verhindern, dass noch schlimmere Sachen geschehen. Der Leiter der ganzen Sache bemerkt das, sperrt Edwin in den Affenbrotbaum ein und hofft, dass er darauf reagiert und er das Problem auf Edwin abschieben kann. Doch als nichts passiert, wird er nervös, schaut selbst nach, entdeckt Edwin am Boden liegend, noch hat mit vielen gezeichneten Kritzeleien und einem Sorry überall drüber geschrieben. Plötzlich schließt sich die Hintertür hinter dem Leiter und er wird auch getötet. Das ist so das, wo in der Storyteller drum geht. Aber schaut euch das Video an, das ich dazu gemacht habe, ist oben beim i verlinkt. Kurz und knackig gesagt in den Games, sage ich jetzt einfach, die Mimic ist Burntrap, weil beide sind einfach ein abgebranntes Endoskelett, das unter dem Pizzaplex lebt. Also das haben sie schon mal wirklich gross gemeinsam. Aber was, welche Gemeinsamheiten haben sie sonst noch? Ziemlich viele sogar. Und kurz noch etwas, wenn ich sage den Mimic, meine ich den Mimic aus dem Buch und wenn ich Burntrap sage, meine ich den Mimic aus dem Game. Einfach, dass das gesagt ist. Und zwar eines der auffälligsten Details, das sie gemeinsam haben, ist bei der Cutscene, wo wir das erste Mal Burntrap treffen, öffnet sich ja die Tür und da sehen wir ihn ja zum ersten Mal, wie er dort drin steht. Und ist euch schon mal aufgefallen? Sein eigener Arm ist zu ihm hochgezogen, wie David es getan hat, als er den Plasch gehalten hat. Der Arm ist immer noch in dieser Position. Der Mimic kopiert immer noch diese Position des Arms. Und zweitens, die Beschreibung von der Mimic passt eigentlich fast wirklich auf Burntrap. Und zwar, der Mimic wird halt beschrieben als Endoskelett, das ziemlich abgebrannt ist, mit weissen Augen, mit weissen Zähnen, mit einem ganzen Ohr und einem halben Hasenohr. Und das passt einfach wirklich fast zusammen, nur auf zwei Sachen. Es wird nie beschrieben, dass der Mimic Fleisch an sich dran hatte. Und zweitens, Burntrap hat keine weissen Augen, aber das ist leicht zu erklären. Und zwar, das mit den weissen Augen, komme ich jetzt gerade drauf, erkläre ich jetzt das mit dem Fleisch, erkläre ich später. Die weissen Augen, meistens werden Animatronics so gebaut, also hätte ich jetzt in My Five Nights at Freddy's, hätte ich es jetzt so gesehen, dass die weissen Augen wie eine Abdeckung sind für die Kameras dahinter. Also für die, ja, dass die Animatronics überhaupt etwas sehen, brauchen sie ja Kameras. Und die weissen Augen sind halt Abdeckung, damit sie nicht zu gruselig sehen. Und als Edwin, der Mimic, zusammengeschlagen hat, sind die halt kaputt gegangen. Darum hätte ich gesagt, dass die Augen eigentlich schon von Anfang an gefehlt haben, nachdem Edwin, der Mimic, zusammengeschlagen hat, so gesehen. Aber wenn das so ist, wenn Burntrap, der Mimic ist, würde das so viel Unerklärtes in Security Breach aufklären, und zwar die ganze Endosektion. Warum zur Hölle sind dort so Bilder anwenden, die den Endoskeletten zeigen, was sie tun sollen und was nicht. Und das ist natürlich eigentlich so gesehen gerade der perfekte Ort, um Mimic-Endoskelette zu trainieren, weil sie ja gerade am besten, wenn sie das sehen, können sie es kopieren und so lernen, ohne dass sie gerade direkt von Anfang an in Kontakt mit Kindern kommen. Und so kann man dann eben die Endoskelette trainieren, bevor man sie überhaupt auf echte Menschen loslässt. Und zweitens, warum Freddy im Secret Ending so wie eine Art gehackt wird. Also wir haben ja meistens gedacht, dass Burntrap versucht, wieder Kontrolle über Freddy zu kriegen. Also versucht ihr ja sowieso, aber halt auf eine komische Art. Aber es wird uns nie erklärt, wie das dort geschieht und warum und wie. Aber ich habe eine Idee. Und zwar, der Glitchtrap-Virus ist ja eigentlich in jeder Animatronic drin. Nur aber ist Freddy davon nicht betroffen. Also er hat keine Wirkung auf Freddy, weil Freddy im Safe-Mode ist. Und Burntrap benutzt jetzt die EMP-Feichkeiten von der Mimic, um Freddy den Akku zu nehmen. Dass Freddy, Freddys Akku, abstürzt und leer geht. Weil, wann greift uns Freddy an? Erstens, wenn wir Freddy umbauen in Simon Says, wenn wir dort verkacken, greift er uns an. Und zweitens, wenn wir die Batterie leeren. Wenn wir in Freddy drin sind und die Batterie leer geht, nimmt er entweder uns aus sich heraus und killt uns oder er killt uns einfach so. Und ich hätte gesagt, der Safe-Mode stürzt ab, wenn zu wenig Strom vorhanden ist. Also wenn kein Strom mehr vorhanden ist, wird der Safe-Mode abgeschaltet und Freddy ist nicht mehr sicher und der Glitch-Trop-Virus bekommt die Kontrolle über Freddy. Das ist so meine Theorie dazu. Eine andere Sache, die richtig speziell ist, ihr habt ja sicher in Parts & Service unten dieses glitschende Endoskelett-Ding gesehen. Und hinten dran die Käfige, wo sie drin hängen. Und die sind ja unterschiedlich beleuchtet. Also vorderste ist weiss, dann ist einer rot, dann ist einer nicht beleuchtet und dann sind zwei wieder weiss. Jemand hat herausgefunden, dass es Morse-Code ist und das bedeutet, dass weiss ein Punkt ist und das rote eine Lücke. Und wenn das Punkt Lücke nichts Punkt Punkt ist, heisst es auf Englisch AI, also KI. Und das ist das, was der Mimic ist. Die Mimic ist KI. Und es ist richtig krank eigentlich, dass es dort drin verbaut ist. Es ist dann so, dass die Theorie dann weitergeht und so eigentlich drin endet, dass der Mimic eigentlich nachher nur herumgesessen ist. 50 Jahre lang etwa und so die Missing Children-Inzidenz gesehen haben. Aber ich glaube das irgendwie nicht. Es kann nicht sein, dass der Mimic, so eine aktive Animatronic, 50 Jahre herumsitzt, sieht, wie jemand Kinder empführt und dagegen nichts macht. Das glaube ich eher nicht. Und so hätte ich gesagt, die Geschichte verändert sich so bei F2 Security Breach, wenn wir das Buch nicht als 1 zu 1, sondern als Parallele nehmen. Also schauen wir mal. Was mir als erstes heraussticht, ist einfach, dass Edwin und David eine wirklich krasse Verbindung zu Henry und Charlie haben. Wie es der Zufall will, ist auch Charlie von William getötet worden und William hatte damals ein Auto dabei. Also könnte es sein, dass William nicht ausgestiegen ist, sondern sie einfach gerade kurz handherum überfahren hat. Das könnte natürlich auch sein. Wir wissen es nicht genau. Das ist unschlüssig. Aber setzen wir mal mit dem Gedanken die Theorie um und versuchen mal, eine ordentliche Geschichte zusammenzusetzen. Also Henry und Charlie lebten zusammen und Henry hatte halt eben wirklich Probleme und musste wirklich hart arbeiten und baute eben die Mimik für Charlie, damit die Mimik auf Charlie aufpasst. Aber doch an einem Tag kommt William und tötet Charlie, die einzige Tochter, das einzige Kind von Henry. Und als Henry in Trauer zurückbleibt und die Mimik sieht, wie sie, wie die Mimik Charlie kopiert, schlägt er die Mimik zusammen und geht dann und als dann in Fasper Entertainment alle Gebäude durchsucht, wo jemand gearbeitet hat, für ihr Video-Game, für ihr VR-Game Help Wanted, noch Sachen zu finden, die sie einscannen können, finden sie The Mimik, zusammengeschlagen am Boden, wie es dort circa etwa 50 Jahre lang lag und das ganze Gewaltzeugs und so immer wieder verarbeitete. Und so wurde die KI von The Mimik in Help Wanted eingescannt, weil sie sich Fasper Entertainment dachte, oh, ein Programm, das kopiert, was es tun soll, das passt doch am besten zusammen, dann müssen wir nicht so viel programmieren. Nur das Dumme ist, als The Mimik, das Mimik One Programm eingelesen wurde, fand es immer, fand es endloses Material an Gewalt, Kindesempführung, Springtrap und so beginnt Glitchtrap sich zu formen und man sieht auch an Glitchtrap sieht man die Tränen und das Sabbern von Henry, wo die Mimik zusammengeschlagen wurde und The Mimik versucht rauszukommen und als Jeremy das Spiel testete, macht The Mimik, was es sich eigentlich dachte, was es tun könnte. Und zwar The Mimik weiss, wie es sich ein Exoskelett anzieht und versuchte das mit Jeremy. Das Problem ist, Jeremy hat es vorher bemerkt und hat sich mit einem Papierschneider das Gesicht abgehackt. Aber The Mimik hat daraus gelernt. Und als Vanessa das Spiel testete, schlich sich, also versteckte sich der Mimik und beobachtete sie aus dem Hintergrund. Und Vanessa hat angefangen, Tapes aufzunehmen im Game. Und hört euch das mal an. Hallo? Kannst du mich hören? Genau, der Mimik kopiert. Es ist absolut gestört. Und als die Zeit gekommen war, korrumpierte Glitchtrap Vanessa und bekamen Verbündeten. Und zusammen, also Vanessa und Glitchtrap, wie sie zusammenarbeiten, schaffen sie es, den Pizzaplex so bauen zu lassen, wie sie es brauchen. Also wie sie den Pizzaplex wollen. Später dann holte sich Vanessa das alte Mimik-Endoskelett, das immer noch im Workshop von Henry liegt, und holt es in den Pizzaplex. Und als sie auf Sex-Location unterhalb von Pizzaplex entdeckt wurde, wird auch der Körper von William Afton entdeckt. Der Mimik ist fähig, ja, alle Exoskelette zu tragen, und so hatte das Endoskelett von der Mimik sich an den Körper von William Afton dran gekrallt und so den Körper eigentlich die Grundelemente beibehalten, das es schon vorher hatte, und hatte jetzt auch wieder einen vollständigen Körper. Aber es war halt immer noch von Charlie beeinflusst, auch noch, weil das sehen wir in dem Papierraum unten in der Kanalisation, was dort so abgeht, die ganzen Papierfetzel und so. Das ist so das, was von Charlie eben ist. Der Mimik zeichnet immer noch diese Kritzeleien und alles. Das ist eigentlich so die Geschichte, wie der Mimik eigentlich so in den Pizzaplex kommt und das Burntrap der Mimik ist und nicht mehr William, weil William ist schon lange tot, brutzelt in der Hölle, aber das Spezielle ist, jetzt, wenn das wahr ist, passt auch der Roomcode vom Sissi Location Room und der Roomcode lautet, ja, er könne von Henry geschrieben sein, aber ich weiss nicht, wie Henry denn geschrieben haben soll, keine Ahnung, aber der Roomcode lautet, Break and mend, I build the breath, Henry hatte Mimik gebaut und so eigentlich die ganze Katastrophe verursacht, they hunt now, drawn to life, es gibt nicht nur ein Mimik, es gibt zwei, eine in der digitalen Form als Glitchtrap und eine in der physischen Form als Burntrap, not real, still keen, die Mimiks sind nicht richtige Leute, aber sie sind intelligent wie welche, and frit and fraud with thoughts and zest and guests no blown woes die Mimiks waren eigentlich nur dazu da, um Sachen zu kopieren und eigentlich nicht böse zu sein, aber durch Gewalt und so wurden sie böse gemacht und wurden richtig gefährlich. Dodge duck flash shoot crawl run crush the vile band Henry bettelt hier drum, dass jemand das ganze aufhält, aber du kannst nicht nur die Mimik selbst aufhalten, die Mimik ist überall, hat alle Animatronics eingenommen, der ganze Pizzaplex, du musst alles zerstören, um die Mimik aufzuhalten. Cry not, try not, do not hold out hope, know your life, your aim will save those with soul. Hier ist einfach noch eine Anweisung, du musst es versuchen, aber du wirst vielleicht nicht Erfolg haben, aber du musst es versuchen, um denen, die noch leben, zu helfen. Und so ist eigentlich William, wie ich schon vorhin gesagt habe, William ist lange tot, brutzelt in der Hölle mit Cassidy und wird gequält von ihm, aber die Mimiks haben über die Zeit alles gelernt, was er gemacht hat und kopieren alles. Also, wir haben eigentlich einen neuen Gegner und es wird richtig spannend, wenn die Mimiks wirklich real sind und canon in den Games. Ich würde das richtig feiern. Wir werden es im Ruindeal sehen. Schaltet auf jeden Fall nächste Woche ein, weil da setzen wir so möglich, so genau wie möglich die Story von Security Breach zusammen und schauen mal, wer da eigentlich der richtige Feind jetzt ist. Schaut auf jeden Fall nächste Woche vorbei oder schaut bei meinen anderen Projekten vorbei. Bis zum nächsten Mal. Boi. aus Untertitelung des ZDF, 2020